hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal ich begrüße ihn recht herzlich zu NHL 21 zum BR Pro Mode. Ich hoffe es geht euch gut, ihr seid alle gut drauf und ihr habt bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einer Niederlage am letzten Spieltag gegen Detroit versuchen wir heute gegen Buffalo einen Sieg davon zu tragen. Aber ich würde sagen wir reden nicht lang miteinander, wir schwingen uns gleich aufs Eis. Die Challenge ist zehnmal aufs Tor schießen und ein Tor zu erzielen müsste machbar sein. Hier sehen wir es noch einmal. Müsste machbar sein. Wenn ich lange, lange Eiszeiten kriege, müsse das machbar sein. So, auf geht's. So, auf geht's. So, auf geht's. Ahaha, nun wir mal näher. Und da ist der erste Schuss aufs Tor und der erste Treffer für den HB. Ich weiß, wie gut das brauchen wir, also ein Tor erzielen, die Mission haben wir erfüllt. Dann simulieren wir uns den und hoffen, dass Buffalo nichts geschossen hat. Einen Schuss haben wir schon mal aufs Tor gemacht, so jetzt gesehen, ein Schuss, wir wissen ja nicht, ob das Tor zählt. Auf geht's, zweites Drittel, neun Schüsse aufs Tor muss ich noch machen. Ein zweiter Schuss aufs Tor und der zweite Treffer. Zur Zeit merke ich, dass ich viel Eishockey spiele, dass mein Eishockey hier besser wird. Momentan habe ich bei den Aufnahmen so einen richtigen Lauf. So, jetzt warten wir den Torschuss. Top 10 Tore bin ich immer nur am Platz 1. Schüsse brauche ich noch aufs Tor. Das war wir schon mal. Jetzt habe ich noch 8 Schüsse aufs Tor im 1 Drittel, so schnell kann es gehen, dass die Zeit umgeht. Okay. Einfach zu mir passen müssen. Tor für Los Angeles. Tor für Los Angeles. Sieben brauchen wir noch. Tor für Los Angeles. Also schaffen wir das mit den 10 Toren nicht. Also die 10 Torschüsse aufs Tor. Aber zumindest gewinnen wir 3 zu 2 gegen Buffalo auswärts. So. Ein Star, ein Tor oder ein Assist. Zweiter Star geht an Buffalo. Der dritte Star ist hier in Los Angeles. Drei Tore, also zwei Tore, null Assist. Das heißt, wir haben 2 Stars. Drei Tore, zwei Assist. Und wir müssten 1er hier in der Liga bleiben. Jetzt gleich wieder ein Gespräch geben. 1, 2. Und lookie, lookie hier. Der hottest Spieler, oder zumindest einer der hottest Spieler in der Spiel gerade jetzt just continues zu elektrischieren. Extend die Pointstreak. Just everything he touches right now seems to turn gold. And I don't know. I mean, no goaltender, no defenseman has had an answer to try to solve this. And you know what, enjoy it, because this is absolutely phenomenal here, that this team's benefit from the league. You know, and just another night at the office for one of the best teams in the league. I mean, we've seen this so often through the midway point of this season where they just bought ways to deliver. Jetzt werden wir gleich sagen, ich spiele bla bla bla, du hast es nicht geschafft. Ja, ich weiß, dass ich es nicht geschafft habe, was sie machen, der Coach, so können wir uns antworten. Neues Gespräch mit dem Coach. Let's take a look at this time at some of the other final results around the league tonight. The senators were hoping to fly high on the road against the Predators. Nashville trusted the system, they stayed with it and they pull out the win. The Canadians were hoping to come up with two points on the road against the wild. Minnesota picks up the extra point in the skills competition and the victory. The story on the ice continues in a moment. Zumindest haben wir 25 Punkte wiedergekalt, wo wir was verloren haben. Nicht viel, aber zumindest etwas. So, das war's. Wir haben Trainingsbukte grep. Sechs Stunden. Sechs Stunden, das war's. Und dann mal in Schläger... In Schläger... In Schlägerhandhabung, glaube ich, wo ist eine. Oder... Da geht dies. Oh... Okay... Jetzt kommen wir auf 1 Sitzung... Beschleunigung und Tempo... passen brauche ich vier stunden, da brauche ich auch vier stunden machen wir Bulli, machen wir dreimal Bulli weil es sollte, es sollte in Ordnung als Team kommen, vielleicht wäre er aus Center eingesetzt und da wäre gut, wenn wir das Bulli hätten wir haben Kohle auch gekriegt und zwar 2715 den schauen wir uns jetzt gleich in der Folge Motorrad läuft noch Eigentum so oder so nicht 400.000 brauche ich da dazu Medien, Finanzen Spenden, auch nicht Ernährungsberater, Bookkontrolle, darf man das bringen aber gerade für fünf Spiele H-Stylist Er ist schon viel gut gegeben für fünf Spiele Fähigkeitspunkte Schauen wir mal die Startzentrale zuerst dann Los Angeles wo stehen wir denn? Wir stehen auf ersten Platz mit 46 Punkten das passt einmal gut in der ganzen Liga hier sind wir auf dem dritten Platz das passt mag uns gut und da schauen wir, dass wir uns weiterhin halten werden was macht mein Top Stalker Platz bin ich auf dem zweiten Platz auf dem zweiten Platz Na gut meine lieben Spaßfreunde dies war's für diese Folge ich hoffe ich habe so ein bisschen Spaß gehabt bei zuschauen würde mich dann über einen Daumen nach oben freuen über das eine oder andere Kommentar natürlich auch wer Lust und Laune hat der kann mir gerne abonnieren die Glocken aktivieren so dass wenn es hier mit Nage Spiel aus der NHL weitergeht nichts mehr ein neues versammelt wird und da wünsche ich noch bis zum nächsten Spieltag einen schönen Tag einen schönen Abend eine schöne Nacht einen wunderschönen guten Morgen lieber Sportsfreund liebe Sportsfreundin je nachdem wann du dir hier dieses Video schaust vergesst mein Leitspruch nicht in den Formen getrennt in der Sache vereint Rivalität ist nur im Stadion gut aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich mir du da draußen doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund eine wahre Sportsfreundin und man kann doch nochmal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren in diesem Sinne bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde das ist viel viel wichtiger bleibt mir gesund bis zum nächsten Mal euer HB Servus